Fresh ASMR ist wieder zurück und am Ende herzlich willkommen zu diesem neuen ASMR Minecraft Video. Ich werde euch im Hintergrund ein paar Minecraft, äh, ein paar Trigger einblenden, die ich wieder aufgenommen habe. Die sind, glaube ich, richtig cool diesmal. Und ja, wenn dir das Video gefällt, lasst natürlich gerne kostenlos ein Abo da, weil du gerne weißt, wie es mir verpasst. Also, und ja, schau auch gerne bei meinem TikTok vorbei. Und ja, wir bauen heute weiter an dem Steg und wir suchen den. Ich wollte dann ganz kurz das hier aktivieren. Essen noch was? Wir holen uns jetzt erstmal neues Essen und gehen dann wieder weiter zurück. Ich habe jetzt wie gesagt auch eine neue Tastatur, die man hoffentlich etwas besser hört. Und ja, kurz ein Lag. Ich spiele, by the way, jetzt auch mal im Fullscreen. Und ja. By the way, schreibt mir in die Kommentare, ob euch das sehr stört, dass die Videos in 21 zu 9 ist, glaube ich, und nicht in 16 zu 9 ist. Ich habe das mal in die Kommentare, ansonsten könnte ich das auch in 16 zu 9 aufnehmen. Ist für mich zwar ein bisschen doof, aber, genau. Dann, wir wollten uns erstmal, erstmal gehen, schlafen, mit dieser. Genau, und dann holen wir uns noch ein paar. Davon haben wir noch hier Kohle drin. Ja, natürlich ist hier Kohle drin. So, wir machen ein paar neue Sacken. Die Kohle kommt wieder zurück. Dann ist da rein, ja. Quarz. Hier kommen irgendwelche Blöcke. Ne, jetzt muss ich mich hier erstmal rüberstecken, nicht wahr? Ja, genau. Essen. Essen wäre gar nicht mehr so schlecht. Perfekt. Das Spitzack ist auch schon sehr gut voll. Aber, ja, ich habe euch ja gesagt, ich will euch mal erzählen, warum ich da dieses Pause-Video gemacht habe. Wie gesagt, ich hatte ja auch ein bisschen Pause gemacht, eine Woche. Und ich wollte, dass ich ihn gerade wirklich mal versuche. Genau, ich hatte, wie gesagt, dann diese eine Woche Pause gemacht. Danach hatte ich wieder Lust. Mir geht's aktuell nicht so sonderlich super gut. Vielleicht in die Depression. Mal gucken, wo wir uns mit dem Psychologen gehen. Und, ja. Ich muss mal schauen. Was wird los? Auf jeden Fall hatte ich eben auf nichts mehr Lust, auf gar nichts mehr. Wieder Videos aufnehmen. Nicht mal schlafen. Mir ging es einfach richtig schlecht. Und ich brauchte ein bisschen Auszeit. Aber jetzt geht's wieder. Und jetzt hänge ich mehr rein als zuvor. Ihr seht ja auch diese coolen Einbildungen. Die habe ich mir gebastelt in der Zeit. Aber es ist mir dann etwas besser gegangen. Ja, ich bin am überlegen, ob ich mir ein neues Mikrofon kaufe. Das Blut-Heddy, das, was die meisten Haßen, eher Arthesten haben. Ich habe leider kein Geld dafür. Das ist das Problem. Oder ein anderes Mikrofon, was potable ist, damit ich zum Beispiel ein Minecraft-Astma-Soundback machen könnte. Das habe ich auch. Wollte ich eigentlich schon mal lange machen. Ihr seht ja, ich spiele auch mit Custom-Soundbacks, mit Tester-Packs. Wo all die Sounds geändert werden. Mit verschiedenen Sachen. So, wir rennen hier mal durch. Und so. Hier können wir mal jetzt ein paar neue Fakten platzieren. Und... Ah, genau. Jetzt sind wir hier. Warum sind hier keine Fakten mehr? Warum brennt es hier? Okay. Natürlich gefährliches Biom hier. Wo wir hier gerade sind. Locate, ähm... Fortress. Ich glaube nicht, dass das die richtige... Richtige... Das ist das falsche Fortress. Warum? Oder? Na ja, mal gucken. Mal gucken. So, wir bauen uns natürlich hier drüben weiter. Hoffentlich sterben wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die drüben drüben habe. Aber ich glaube ja... Ich muss mich jetzt nur noch... Ja, in diese Richtung weiterbauen. Bis ich irgendwann bei 700 oder irgendwas nach angekommen bin. Loll, hier ist eine Pistchen. Die habe ich komplett übersehen. Vielleicht... Ich gehe mal... Keep in a Tori. Puh, wir machen es jetzt just in case nochmal an. Ich habe jetzt hier keine Lust, so im Nether eigentlich fast zu brechen, aber ansonsten dauert es zu lange. Schreibt mir auch gerne noch Ideen für Trigger oder sowas in die Kommentare. Und alles. Ich bin auch am überlegen, ob ich für den Dezembermonat eine Art Adventskalender, so Minecraft, äh, was mehr Adventskalender mache oder wo jeden Tag ein Video kommt. Ich bin mir noch nicht sicher. Da muss ich mal schauen. Weil ich dann noch gar keine Ahnung hätte, was ich da machen sollte. Genau. Einer von euch... Ich glaube, Hansi was... Ich habe mich übernommen. Gerade ein bisschen durcheinander. Hat er geschrieben, dass ich das, das, wie es war, halt sehr langsam bin. Ja, ich spiele es halt wirklich nur für die Aufnahmen. Und dann spiele ich noch mit Controller, wodurch ich nochmal extra langsamer werde. Man sieht ja, meine Aim-Messe ziemlich schlecht. Und... Genau. Oh nee, ich schaffe es nicht mehr bis drüber. Aber ich glaube, ich habe immer noch anderen Stolen mit. Und... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nee, auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, ich mache... Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Livestream. Ich habe halt nur das falsche Mikrofon dafür. Ich mache dieses links. Und rechts mache ich halt immer im Schnitt im Nachhinein. Demnach kann ich das live nicht machen. Und das klingt halt eigentlich... Dieses Spaniel... Aber dieses Audio klingt halt schon gut. Und das... Ja. Oder ist halt so ein bisschen doof. Wir müssen einfach nur hier weiter. Sehr gut, dann ziehen wir uns das einfach mal an. Und es kratmen wir uns einfach hier weiter. Und lang. Ich sterbe. Ja, mir ist ja noch keiner dabei gefunden. Das ist auch lustig. Spitzung ist kaputt. Es freut mich auch immer, dass ihr immer so nette Sachen kommentiert. Und immer abonniert und liked. Es freut mich auf jeden Fall. Motiviert mich immer schön weiter zu machen. Ich mache es so mal. Kann ich so machen. Und so. So sehen wir auch weiterhin ein bisschen was. Das Problem ist, ich hatte wieder so viel zu tun. Dass ich einfach das Video jetzt schon wieder drei Stunden vor theoretischem Release das Video aufnehme. Dann muss ich wieder schneiden und alles. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht rechtzeitig. Aber kommt das Video aber eine Stunde später. So. Wir wechseln einfach mal. Was sehen wir denn jetzt bei 600? Sie müssten, da ist sie ja schon. Dort ist sie ja schon. Ich wollte gerade sagen, müssten sie vielleicht schon sehen können. So. Die sieht fast genauso aus wie die anderen, wo wir reingekommen sind. Ups, ich mache aber jetzt den Schilder wieder aus. Denn, sonst sieht man viel zu wenig. Sonst sieht man viel zu wenig. Hier ist ein Lohn-Spawner. Übertreibt es nicht, übertreibt es nicht. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Wir machen einen kleinen Backdoor. Diese Feuerpille klingt schrecklich in dem Soundpack. Ich muss abhauen, ich muss abhauen. Keine Lust zu sterben. Schnell wieder weg. So. Aber so viele davon haben wir ja gar nicht mehr gebraucht. Eigentlich, was ich viel mehr will, sind der Wartzen. Damit ich mir... Oh, oh. Ist auch so dunkel. Mich blendet mein... Das Sonnenlicht. Das Sonnenlicht. Dort sind die. Aua. Geht weg. Aua. Oh, Kohle. Ich zeige. Ich stelle was essen. So. So ein paar Feuerpille. Du wirst das ins Trinken werden. Echt gut. Mein Aim ist auch ein bisschen eingerostet. Die Festung ist groß. Ich glaube, über mir. Ich hoffe, dass ich nicht vor allem anfange zu schreie. Weil es ist echt so ein bisschen creepy. Gut. Boah. So. So. Die Treppe wäre immer gut. Dann hätte ich ein paar. Da war das der Hauptgrund, warum ich eigentlich hierhergegangen bin. Ich mach mal eine typische Taktik eigentlich gar nicht, wie man die in der Festung am besten abfahmen. Perfekt. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwas zu sein, wie das alles anders ist. Ich gehe wieder weg. Tschüssi. Oh, das ist klar. Da habe ich auch mal richtig Angst. Ich gehe jetzt wieder hier hoch. Tschüssi. Ah. Die nehme ich noch mit. Leider nicht gedroppt. So. Ich habe noch ganz schnell eine Taktik gemacht. Und jetzt gehen wir ein bisschen mal wieder zurück. Genau. Schreibt mir auch immer gerne Zeug in die Kommentare, wo ihr vielleicht gerne mal Nassen mehr sehen wolltet. Diese Gas sind wirklich schrecklich. Ähm. Genau. Und zum Beispiel, ob ihr mal Minecraft Sky was sehen wollt oder einfach irgendwas. oder Minecraft PVP. Irgendwas schreibt mir. Ich kann jetzt zeug in die Kommentare. Genau. Ja. Die Passion werden ja auch immer noch am Mund. Und. so. 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 hier zu knacken. Schlapfen. Was ist denn, mein Stuhl? Aber der ist megapecle. Und. Genau. Wir laufen hier weiter um die Ecke. Ecke. Sprengie durch, 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 durch. Und Macom. Dann sind wir hier. Oh, wow. Kann ich noch mal gucken? Schade. 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 Ich gehe jetzt weiter hier lang. Kurz FPS-Druppe. Genau. Wir gehen jetzt hier zurück. Durchs Nether. Total in die Oberwelt. Und dann ... 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 fällt das auch schon wieder hoch. Oh, Papagei. Guck mal, ich will es hier unten erleben. Dann hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Gerne kostenlos ein Like oder ein Abo da. Schau mit den Links unten vorbei, die ich in der Beschreibung habe. Und hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.